Will ich den Typen, der auf das Land geht gewohnt oder bin ich den Typen, der in die Stadt gehört? Herzlich willkommen und grüssen wir miteinander zum zweiten Newsletter der Villa Gaza in Spiez. Wir wollen miteinander heute auseinandernehmen, Stadt, Land, Vor- und Nachteile. Wenn ich die Vorteile nehme, wenn ich in der Stadt gewohnt bin, ist ganz klar die Einkaufsmöglichkeit. Die Einkaufsmöglichkeit, die unter Umständen gleich die nächste Nähe ist oder mit dem Bus eine Station fahren muss oder mit dem Velo problemlos erreichbar ist. Ein zweiter Vorteil, der natürlich auch die Stadt hat, ist der, man hat Schulen. Von Unterstufe, Kindergarten, Oberstufe ist alles vorhanden. Und der dritte Vorteil, das sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Öffentlichen Verkehrsmittel, Busse, Zug, Spiez, Turm, Bern auf Hinterlack oder die Wallis, wo ich überall schnell bin und in der Umstände sogar auf ein Auto verzichtet werden kann. Wenn ich auf das Land gehe, hat auch das seine Vorteile. Man ist viel mehr Natur verbunden. Tiere bekommen ganz andere Bedeutung gerade für die Kinder, wenn sie aufwachsen. Und unter Umständen sind die Kinder eben ein wenig weniger vor einem Computer, vor einem Spielchen, was sie einfach machen, den ganzen Tag. Und man eben mit den Tieren beschäftigen kann. Und das Mittenhand, die Nachbarschaftlichkeit, wo man umständen vielleicht ein wenig darauf angewiesen ist, wo man einem oder anderen hilft. Wenn ich die Nachteile nehme, zum Beispiel die Stadt, ist es eigentlich der Hauptgrund, oder der Hauptnachteil, wenn man so sagen kann, ist der Lärm. Was ich nicht weggdiskutieren kann, wenn Strassen, Eisenbahn, Autobahn usw. in der Nähe ist, den Lärm Pegel habe ich, den kann ich nicht vermeiden. Der zweite Punkt ist Nachbarn. Man hat in der Stadt in der Regel viele kleineren Pazellen. Man wohnt viel näher aufeinander, oben. Und es braucht doch manchmal den einen oder anderen, der eine gewisse Toleranz anbracht ist. Die Schule, die unter Umständen sehr viele Schüler hat, viel grösser ist. Und ein Kind, der vielleicht auf dem Land wöler wäre und das, der vielleicht in der Stadt wöler wäre, weil sich das einfach durchsetzen könnte, mit den anderen weniger. Und das muss man vielleicht prüfen und berücksichtigen. Wenn ich vom Land wohnen habe, muss ich sicher auch daran denken, ich habe ein Auto für die Arbeit und eventuell brauche ich ein zweites Auto, weil Kinder in die Schule stehen oder frei zu kaufen, weil einfach keine öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden sind. Die Schulwägen, die unter Umständen mit dem Velo gemacht werden müssen, oder vielleicht jetzt weiter in einem nächsten Dorf, der nächste Bus, und man muss vielleicht zwei, drei Ortschaften fahren, bis man dann die Oberstufe oder die ZEG unter Umständen besuchen kann. Und die öffentlichen Verkehrsmittel halt eben fehlen und darum eben dort zwei Autos gebraucht werden. Es gibt also gewisse Ortschaften, die einen Dorfcharakter haben, Landcharakter, und trotzdem gewisse Sachen erfüllen wie in der Stadt. Zum Beispiel Wimmis. Wimmis, die die Einkaufsmöglichkeiten hat, die die Schulen hat, Kindergarten, Unterstufe, Oberstufe, die auch gewährleistet ist und die öffentlichen Verkehrsmittel. Auch dort könnte man mit dem Zug, Spiez, Bahnhof, Richtung Thun, Richtung Wallis, Richtung Interlaken. Auch dort hat er das gewährleistet. Und die Autobahn ist schon relativ nahe, wo man sehr schnell mit dem Motor in Bern wäre. Es gibt so Ortschaften wie noch Erlebach zum Beispiel, wo man auch sehr stark tut. Und man schätzt auch dort, da besteht sehr viele Möglichkeiten. Äsche, Krattungen, auch Diemtungen. Also nicht einfach vorneweg sagen, es kommt nicht in Frage, tue es mal prüfen. Ihr werdet noch staunen, was solche Gemeinden auch können. Was wir hier bei der Villa Gaseyste bieten können, wir machen eine Persönlichkeitsanalyse. Eine Persönlichkeitsanalyse heisst, wir schauen miteinander, seien ihr in der Natur verbunden oder seien ihr in der Stadt orientiert Menschen. Damit ihr auch dort eine gewisse Basis habt, für ihn zu entscheiden. Übrigens werden wir im Januar hier über Finanzierungen den nächsten Newsletter machen. Wir werden eine Spiezbank einladen, wo wir ein Interview machen können. Und zwar über Tragbarkeit, Eigenmittel und Risiko. Auf dieses Interview freue ich mich unheimlich, dass auch ihr gehört, auf was ihr schauen müsst, macht Abklärungen bevor ihr vielleicht etwas Geld suchen zu kaufen, damit ihr genau seht, wo das steht. Ich wünsche euch für die kommende Zeit Weihnachten auf das neue Jahr alles Gute und dass ihr eure Ziele im neuen Jahr erreicht könnt. Ich bin überzeugt, ihr habt das sicher auch schon alles aufgeschrieben und vor allem sehr viel Gesundheit. Wieder schauen wir miteinander. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.